Leute, was geht? Heute könnt ihr euch über die Schulter schauen. Heute trainiere ich den Schwergewichts-Weltmeister. Ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Mahmoud Shah, der aktuelle DBA-Schwergewichts-Weltmeister. Und ihr seht, ich habe noch einen schmunzeln im Gesicht. Der bringt mich immer zur Weißgut. Wir fangen jetzt an. Es geht los mit Erwärmung. Auf jeden Fall eine spezielle Einheit, die heute hier drauf ist. Das wird Spaß machen. Bis gleich, Leute. Zieht euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende rein, denn es gibt wieder was zu gewinnen. Verkünden werde ich gleich was und vor allem, wie ihr es gewinnen könnt. Er ist wirklich ein ganz besonderer Sportler. Ihr werdet es nicht glauben. Er hat zwei Titanhüften. Ein Weltmeister im Schwergewicht. Das heißt, in der Weltspitze an mitmischen mit zwei Titanhüften. Das heißt, wenn ihr bei Google eingibt, Ziele fokussieren, an eure Träume glauben, kommt Mahmoud Shah dabei raus. Es ist wichtig, bei Profiboxern medizinische Tipps zu machen. Das ist die klassischen Boxbandagen. Und auch im Schwergewicht benutze ich immer angefertigte Boxbandagen. Diese werden auch bei Wettkämpfen speziell auf die Boxer angepasst. Vor Wettkämpfen, vor Profikämpfen werden Profiboxer immer getapet. Und sehr wichtig, um die Knochen zu schützen. Auch ich tape mich vor der Pratzenarbeit. Meine ledierte Hand. Handmodel werde ich nicht mehr in diesem Leben. Und bei seiner Wucht, bei seiner Power in den Schlägen, wenn ich das nicht mache. Es gibt Scarface, Scarhand. Mit Ruiz steht ein schlagstarker Mann bevor. Grundsätzlich ist die Schwergewichtsklasse eine eigene Klasse, wo sehr viel Wucht und Power in den Schlägen ist. Im Hinblick auf die Vorbereitung zu Ruiz will man das Rad gar nicht neu erfinden. Wir haben gesehen, was man gegen Ruiz falsch machen kann. Anthony Joshua gegen Ruiz. Wir haben aber auch gesehen, was man gegen Ruiz richtig machen kann. Im Rückkampf beim Sieg von Anthony Joshua. Und genau so wird man es eingehen. Leichtfüßig, mit schnellen Händen und permanent höchst konzentriert bei der Sache sein. Kennen gelernt haben wir uns 2007. Da kam er, da wechselte er von Sauerland zu Universum. Damals der größte Boxstall Europas. Er war direkt lieber auf den ersten Blick. Von Anfang an hat er mich wahnsinnig gemacht. Und jetzt vom Sportkamerad zum Trainer. Ja. Gut Antwort, ein Hundertfotzen wer hier reagiert. Der ist wie ein Pitbull. Wir reagieren. Nach drei Stunden, dann will er Antworten mit der Flöhe. Du ziehst auch bei Himmel. Kieck, kieck. Kieck, kieck, kieck. Kieck, kieck, kieck. Kieck, kieck. Jetzt recht, aber geht nach Ruhe mit dem Weg. Sehr schön. Jawohl, noch mal. Schütt, schütt, hütt, 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 hütt. Jawohl. Schl. Schütt, 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 schütt. Profiboxen ist kein Ponyhof. Und schon gar nicht in der Weltspitze. Mahmoud ist ein Sportler, der aus seinen Möglichkeiten so das absolute Maximum rausgeholt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Trainer macht es mir viel mehr Spaß, mit Athleten zu arbeiten, die wirklich bereit sind, alles zu geben, als ein ewiges Talent, dass wenn die Luft eng wird oben, aufgibt oder nicht das Herz hat, weiter zu kämpfen, Wille versetzt Bergen. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ich freue mich auch ganz ehrlich, euch heute so eine kleine Botschaft mitzugeben, vor allem an die jungen Menschen da draußen. Dass was möglich ist, wenn du beharrlich und fest davon überzeugt bist und fragt oder wir fragen, Mahmoud, wer hat an dich geglaubt oder wer von dir überzeugt in deiner Jugend oder als du beim Universum angefangen hast, außer du selber. Ich habe nur an mich geglaubt. Egal was die Familie über mich gedacht hat, Freunde, Bekannte, Promoter, der Boxster, die Presse. Jede negative Schlagzeile hat mich nur stärker gemacht und fokussiert auf das, was ich erreichen will. Ich habe das geschafft, wo viele Jugendliche und viele Menschen davon kommen, Weltmeister im Schwergewicht zu werden. Ich bin Weltmeister geworden, mit zwei künstlichen Hüften, 2017 habe ich zwei Hüfteplasie bekommen und bin 2017 Weltmeister geworden, sieben Monate nach zwei Operationen. Und das war die Geschichte. Never give up. Mein Name ist Diamond Boy und hat einen Grund. Diamanten entstehen unter Druck. Auch 2015 habe ich eine schwere Bauchschussverletzung gehabt. Wurde sehr schwer operiert. Da hat man auch gesagt, tschau, jetzt ist es vorbei. Ich habe direkt im Krankenhaus trainiert. Es ist alles möglich im Leben. Jeder Traum ist machbar. Zum Erfolg gehört sehr viel Opferschaft und unabhängig von Mahmoud, egal mit welchem erfolgreichen Sportler, Akademiker, Mediziner spricht, alle Male, ich kenne niemanden, der keinen steinigen Weg hatte und niemand, der nicht die notwendige Opferschaft an den Tag gelegt hat. Ich bin großer Freund von Sprichwörtern und wie sagt man so schön, im Leben kriegst du nichts geschenkt. So Mahmoud, wer ist nach dir der stärkste Schwergewichtler unserer heutigen Zeit? Ehrlich gesagt, ich schaue nach rein und ich schaue nur auf mich. Ich schaue mir insgesamt keine Boxkämpfe an. Ich bereite mich nur auf meine Kämpfe vor, auf mein Ziel und auf meinen Gegner. Und jeder der Gegner, der mit mir in den Ring steigt, ist für mich der Beste, weil er mich herausfordern will. Er will mir meinen Sieg stellen. Deswegen habe ich keine Vorbilder. Ich schaue nur auf mich selbst und das ist das Ziel. Du musst nur an dich glauben. Deine Träume, deine Wege und deine Wege führen dich zu deinem Ziel. Wenn ich mich ablenken lasse von anderen Schwergewichten und sage, da sind meine Vorbilder, dann bin ich noch ein Nachahnen. Ich werde niemals da sein, was ich bin. Deswegen mache ich nur das, was ich kann und wer ich bin. Ich bin mein eigener Fan. Und die Leute jetzt da draußen, die jungen Leute, die sagen, der hat so viel erreicht. Der ist groß geworden im sozialen Brennpunkt, hat sportlich alles erreicht, ist Weltmeister. Was sind noch so deine Ziele? Meine Ziele stehen ganz schön. Wie lange wolltest du noch boxen? Du bist doch topfit. Ja, ich bin in meinem besten Alter im Spiegel 35 Jahre, ist der Bock keine Zahl. Ich habe im Minimum noch zwei, drei Jahre Puffer. Ich will auf jeden Fall den Titel jetzt verteidigen, nur gegen die Staaten. Ich bin jetzt kein Typ für Aufbaukämpfer, obwohl ich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr im Boxing war. Aber ich bin konstant jeden Tag im Training. Ich halte meinen Fokus aufrecht. Das ist das, was ich immer sage, immer sein Ziel zu verlieren im Leben. Seit zweieinhalb Jahren trainiere ich jeden Tag und das sieht man auf meiner Instagram-Seite oder Facebook. Ich bin ständig im Training und das ist wirklich sehr, sehr hart für einen Menschen, wenn man einem Traum hinterherläuft und seit zweieinhalb Jahren steht alles. Man denkt immer, die Zeit bleibt stehen. Aber in Wirklichkeit spielt jetzt Zeit für dich, weil du ständig im Training bist. Du verlierst nicht den roten Faden. Und das ist das Ziel zum Erfolg. Ich werde noch ernten. Ich werde auf jeden Fall kämpfen. Wir haben jetzt Corona-Zeit. Ich muss busy bleiben. Ich habe Andi Russe herausgefordert. Ich hoffe, der nimmt den Kampf an und boxt nicht gegen einen alten Mann, Chris Areola. Weil der Kampf wäre lächerlich. Ich biete ihm einen Schwergewicht-WM-Kampf an, WBA. Und danach hat er die Möglichkeit, wenn er gewinnen sollte, nochmal in den Rückkampf gegen Joshua oder Tyson Fury zu boxen. Und das sind auch meine Ziele. Ich will nur die großen Namen, die großen Kämpfer, die großen Kämpfe. Wie gesagt, ich suche keine Ausreden. Ich brauche keinen Aufbaukampf. Ich habe eine tolle Erfahrung, eine tolle Karriere. Ich habe schon gegen Vitali Klitschko, Kovetkin und große Schwergewichter im Ring gestanden. Ich bin bereit für jede Aufgabe. Abschließend was sagst du Tyson und Roy Jones? Ich bin ein absoluter Tyson-Fan. Und auch Roy Jones. Zwei Jugendhelden stehen gegenüber im Ring. Das war immer mein Traum, dass die beiden mal gegeneinander boxen. Aber alles kommt zu seiner Zeit. Er wird auf jeden Fall die ersten vier, fünf Runden für Tyson schwer sein, weil Roy Jones versucht, über seine Schnelligkeit die Beinarbeit, das Augewasser und das Talent zu nutzen. Aber wir wissen leider auch, dass Roy Jones mittlerweile einen schwachen Kinn hat. Der Kopf ist schon durchgeschlagen, sagt man so. In der Boxsprache. Tyson wird ein Treffen mit Schwerstar aufschlagen. Das ist meine Devise. So Leute, das Gewinnspiel. Es gibt diese zwei fetten Shirts zu gewinnen von Mahmoud Shah. Original signiert von dem Schwergewichts-Weltmeister. Was ihr dafür machen müsst, Leute. Kanal abonnieren. Kommentieren. Video liken. Zwei Shirts. Einmal in Weiß. Einmal in Schwarz. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet von dem aufschlussreichen, informativen Video profitieren. Bleibt dabei bei Moris Beba.